Das Nichtkampfprinzip Die Dinge ändern sich nicht, wenn Sie versuchen, die Dinge zu ändern. Erst wenn Sie sich ändern, ändern sich die Dinge um Sie herum. Fragen Sie sich bitte nicht, wie kann ich meinen Mann, mein Kind, meinen Nachbarn oder die Arbeitskollegen ändern. Ändern Sie genau dies bei sich. Vom Nichtkampfprinzip kann nur profitieren, wer ehrlich im Umgang mit sich selbst ist. Die Kunst zu siegen, ohne zu kämpfen. Das vorliegende Buch entwickelte sich zu einer neuen Sozialtheorie der Konfliktbewältigung, die Kampfstrukturen aufzeigt, sie besser für uns verständlich macht und Lösungsvorschläge anbietet. Das war zu Anfang gar nicht meine Absicht und es war noch viel weniger der Grund, der mich bewegte, dieses Buch zu schreiben. Ein Buch zu schreiben legt auch beim Autor tiefer liegende Schichten frei. Beweist sich meine Theorie, das Nichtkampfprinzip, in der Realität wirklich? Den Leser wird es vielleicht verblüffen, wenn ich hier zugebe, dass auch ich von der Wirksamkeit des Nichtkampfprinzips ziemlich überrascht wurde und es noch immer bin, wohl auch Zeit meines Lebens sein werde. Offensichtlich ist das Ausüben des Nichtkampfprinzips ein Vorgang, den wir Selbstheilung durch Selbsterkennen nennen. Anhand meiner hier veröffentlichten Lehre vom Überwinden der Kampfstrukturen ist es möglich, Zweikämpfe des Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung zu erkennen, sie aufzulösen und vor allem negative Energien in Ichstärke zu wandeln. Aus dem Nichtkampfprinzip folgt Ein Deeskalationssport Handlungskompetenz für Unverseitheit erweitert Konfliktbewältigung Handlungsspezifikation körperlicher und mentaler Kernkompetenzen, auch im Sinne einer präjustiziablen Streitminderung Kooperative Bewältigung von Konflikten Präpositionales Regulieren entstehender Dynamisierung von volks- und privatwirtschaftlichen, destabilisierenden Ereignissen Regulierende Dynamik Ressourcennutzung Wandeln der eigenen Ich-Schwäche in wertvolle Ich-Stärke Fremdverantwortung in Eigenverantwortung wandeln und sich mit sich selbst und seinen eigenen Erfolgen konfrontieren Ich-Konfrontation Sozialtheorie des Friedens Kampf an sich auflösen Menschliche Friedenstheorie Konfliktdiplomatie Selbstheilung durch Selbsterkenntnis Wer alles, was mit Kämpfen zu tun hat, aus seinem eigenen Leben zu verbannen erlernt hat, Konzentriert sich auf sich selbst, auf das, was er oder sie wirklich von sich, vom Leben, möchte und schafft somit Heilung, Stärkung und Stabilisierung des Selbstwertes durch Wandeln der eigenen Ich-Schwäche in eigene Ich-Stärke Solches kann als philosophische Praxis Heilung durch Erfahrung geben, die schon gegebenen Heilverfahren unterstützen und in den Erziehungswissenschaften unterrichtet werden Ich unterrichte seit 1980 Kampfsport, bin Seminarleiter, Antigewaltdozent und unterstütze durch das von mir entwickelte ganzheitliche Verfahren, Kämpfe an sich aufzulösen, dem Nicht-Kampf-Prinzip, die unterschiedlichsten psychotherapeutischen Maßnahmen, mit weitreichendem Erfolg Dadurch habe ich auch die Möglichkeit, das Nicht-Kampf-Prinzip den unterschiedlichsten Menschen aufzuzeigen und bekomme auch eine Menge Feedback von ihnen Natürlich habe auch ich, lange bevor der Gedanke an ein Prinzip dabei in mir aufkam, daran gearbeitet, nicht mehr zu kämpfen Das Interesse an meinen Lehren und an seinem Wunder, seine Wirkung, ist heute ein grandioses Ereignis geworden, das mich glücklich und zufrieden macht Für mich ist es die wirksamste Prävention gegen Konflikte des Selbst, Training für Ich-Stärke durch Friedensschaffen im Menschen, die ich je erfahren habe Es fasziniert mich immer wieder aufs Neue, wie schnell und auch intensiv sich Menschen ihm hingeben können und wie natürlich das Nicht-Kampf-Prinzip dann das eigene Leben verbessern hilft Einige meiner Probanden bekleiden Führungsposten, sind selbstständig oder leben in zermürbenden Beziehungskonflikten, die sie wirklich auflösen möchten, wissen aber nicht wie Zumeist haben sie auch schon so ziemlich alles gelesen, was der Buchmarkt an Tipps zu alles hergibt, sind auf Seminaren gewesen oder geben selbst welche Das Nicht-Kampf-Prinzip hat seine Bewährungsprobe meisterlich bestanden Ich habe dabei nicht nach Problemen gesucht, die es bestätigen Sondern Ich habe nach Problemen gesucht, die es zu Fall bringen könnten Ganz nach Popper Falsifizieren Dabei wird es immer fortschrittlicher Es ist ein universelles Prinzip und wirkt durch seine Natürlichkeit Auch viele Kampfsportler der unterschiedlichsten Systeme konnten feststellen Es gibt kein vergleichbares System und sie empfinden es wirklich ausnahmslos als Bereicherung für ihr eigenes System Wir Menschen haben verlernt, auf unsere natürlichen Vitalkräfte zu hören Das Nicht-Kampf-Prinzip kann als die Mitte dieser Vitalkräfte benannt werden Jeder Mensch hat das Vermögen, Kämpfe aufzulösen und in Zeiten der friedenserhaltenden Maßnahmen hat jeder Mensch, unabhängig seiner Konfession, die Menschenpflicht, Hüter der Schöpfung, sich auf alles dafür Nötige einzulassen, um nicht wieder den Weltfrieden zu handeln Egal welche Sprache uns unterscheidet und egal welchem Amt wir vorstehen Frieden schaffen wir zuallererst in uns Dies soll von nun an ein jeder auch seine Menschenpflicht nennen und danach sein Umfeld schaffen Wer das Nicht-Kampf-Prinzip für sich benutzen möchte, muss verstehen, was Kämpfe auch im Alltagsleben bedeuten Sie oder er muss verstehen, wie sich Kampfstrukturen mit dem eigenen Ich verbinden, verstricken und auch, was jeder selbst in die Waagschale eines Konflikts mit einfließen lässt Selbst der Unschuldigste verursacht zumeist die Dinge mit, in denen er sich plötzlich befindet Nehmen Sie dies bitte auch für sich an Denn oftmals verstecken sich eigene Kränkungen, die nicht als solche erkannt und in einem bestehenden Konflikt mit eingewoben werden Ich behaupte nun folgendes Kampfkünstler sind die besten Kenner und auch Experten von Kampfstrukturen Gewaltstrukturen sind etwas anderes Aggressivität ist ein innerer Drang oder auch innerer Zustand, seine Interessen forsch, rücksichtslos und durch ein ungehemmtes Wollen durchzusetzen Der Kampf ist sein Ereignishorizont, sein Territorium Singularum Der Kampf wird mittels Gewalt in eigenes Vorteilverhalten umfunktioniert und ohne eine aggressive Grundstimmung würde das nicht funktionieren Es ist nicht unüblich, Kämpfer zuvor mit Salven von Ohrfeigen in diese Grundstimmung zu coachen, bevor sie in den Ring steigen Eine aggressive Grundstimmung ist jedoch zumeist anerzogen oder auch aufgetankt, indem durch körperliche Züchtigung negative Strukturen, verstärktes aggressives homöostatisches Gleichgewicht der Aggressionsappetenzen, verankert wurden Wenn ich Kampfkünstlern mein Nichtkampffrinzip erkläre, dann braucht das zumeist eine Zeit Meistens sind gerade wir extrem voreingenommen und zweikampfverliebt Als ich das Nichtkampfprinzip jedoch einigen Antigewalttrainer und Trainerinnen erklärte, ging das zwischen Tür und Angel Offensichtlich ist die unterschiedliche Betrachtungsweise daran schuld Das aber täuscht Es liegt daran, dass gerade Kampfkünstler Jahrzehnte über Jahrzehnte an den Zweikampf gebunden waren und ein Loslösen von ihm gleichsetzen mit Losertum Selbstverteidigung fügte unsere allzu menschlichen Ich-Schwäche, Sucht nach übersteigerter anthropozentrischer Selbstdarstellung, Lösungsvorschläge des Zweikampfverhaltens hinzu, da dies zum einen Erbe unserer Spezies ist und zum anderen den Lieblingskampf des Menschen und leichtesten aller uns bekannten Wege darstellt Menschen lieben es nämlich über alles, sich in einem Duell zu messen Dem Gewinner wird in Filmen solchen Kalibers ein Geschenk gemacht Zumeist ist es eine schöne, begehrenswerte Frau Hoffnung auf Gründung einer Familie Und auch andersherum, Hoffnung auf den Beschützer der Familie Die Actionfilme Hollywoods spielen genau auf dieses Erbe an Der Duellkampf des Menschen als Selektionsdruck entsteht jedoch erst dann, wenn ich auf ihn eingehe Nicht allein schon dann, wenn er mir aufgezwungen wird Oftmals könnten wir uns ja auch verdünnisieren Wir tun's jedoch so gut wie nie Damit wären wir die Regisseure unserer Handlungen Warum führen wir so selten über unser eigenes Schicksal Regie? Denn Instinkte können durch Vernunft gezügelt werden Wer auf Kämpfe eingeht, der vergeudet Zeit, Wachstum, Energie und konditioniert sich durch Wiederholung, Redundanz Dies führte gerade uns Kampfkünstler dazu, spitzfindig, wortglaubend und ichbezogen, Rabolismus, alles zu verhöhnen, was dem zuwiderliefe Der Beste ist bei uns eine Definition, die wir nur durch Zweikampfstärke zu deuten gelernt haben, Fighter Club etc. Wir haben verlernt, uns als Spiegel eines modernen gesellschaftlichen Wollens zu definieren Wir streuen Zweikampfstärke als die Logik des Kämpfens in die Massen, um somit scheinwissenschaftlichen Unfug zu vertreiben Jedoch ist in Kampf durch Kunst eine Wahrheit verborgen, die uns vom Zweikampf und vom Kampf an sich zu lösen vermag Sein Zauber ist die zusammenfassende Schlussfolgerung von Aggressivität, Gewaltbereitschaft und Kampfkenntnis Aggressionen, Gewalt und Kampf sind die Grundpfeiler professionellen Antigewaltwissens Aggressionen sind heute psychologisch definierbar Gewalt ist therapierbar und Kampf ist durch soziales Engagement umlenkbar Geraten diese drei Grundpfeiler bei uns unkontrolliert durcheinander, dann bricht das größte aller menschlichen Übel durch uns hindurch Ich schwäche in Form eines Krieges im Kleinen wie auch im Großen Vom Mobbingmaster zum Schläger in die Schlacht aller Schlachten Wir müssen ein Gleichgewicht des Ausgleichens dieser drei Kräfte schaffen, gerade in der Kampfkunst und ganz besonders in der realistischen, effektiven Selbstverteidigung Die Logik des Kämpfens ist am Ende immer der Tod Gegen jemanden zu kämpfen hat schon deswegen nichts mit Logik zu tun, weil es die offensichtlichste Form der Verdrängung beweist Und zwar im doppelten Sinne Mit der eigenen Kampfstruktur fertig zu werden, sie in eigene positive Energien des inneren und äußeren Wachstums zu wandeln, nenne ich Das Nichtkampfprinzip Nicht kämpfen zu müssen Kämpfen nicht anzunehmen Sich nicht in Zweikampfpräferenzen zu begeben Ist Zeichen eines ich gestärkten Menschen Denn ein solcher Mensch hat gelernt Dass er Aggressionen nicht gegen andere Menschen richten muss Und er weiß ganz sicher Dass Gewaltaffinität eine schlechte Anleitung für sein Genie ist Wer Karriere machen möchte und meint Er müsse sich nach oben boxen Der tut schon allein damit sehr viel mehr für seinen Untergang, als ihm lieb ist Und für den eigenen Fortschritt tut er eigentlich gar nichts Denn alles, was er schafft, wird enden Was wir mit unserem Ich vernetzen, bleibt Denn es ist verbunden Die meisten Menschen sind derart fest mit der eigenen Ich-Schwäche verbunden Dass es nicht mehr viel nützt, sie darauf aufmerksam zu machen Sie müssen in ihr Glück gecoacht werden Verhaltensdispositionen müssen bei vielen umkonditioniert werden Die Gründe dafür sind bekannt Nur ich-starke Menschen meistern ihr Leben konfliktfrei Und sind eine Belohnung für jeden Mitmenschen Ändere dich selbst und du änderst die Welt Ändern sie ihren Nachbarn? Nein Ändern sie ihr Kind? Naja, ein bisschen schon, zum Glück Ändern sie ihre Partnerin oder ihren Partner? Nein Obwohl Nee, doch nicht Ändern sie ihre Geschwister? Keine Chance Ändere dich selbst, denn du bist der einzige Mensch auf diesem Planeten, den du ändern kannst Und der einzige, bei dem es sich wirklich lohnt Erst dann werden sich andere auch ändern Und was du, vielleicht, noch gar nicht weißt Der Erfolg ist größer als alles, was du dir zur Zeit vorzustellen vermagst Ändere dich Fang schon heute damit an Deine besten Freunde heißen ab heute Geduld Disziplin Und Mut zum Risiko Überzeuge niemand anderen von dir, außer dich selbst Habe Vertrauen zu dir Und ein unendliches Vertrauen zu deiner Person Denn du bist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der wirklich ständig zu dir hält Und wenn du jetzt denkst Das klingt jetzt alles wie eine Apostelei Dann spreche nach Das ist die erste Hürde, die ich jetzt überwinden werde Denn ich glaubte zuvor, dass a. mich jemand ändern wird Und b. ich die Menschen um mich herum ändern könne Ich habe gelernt Das geht so nicht